Wie viele Sinne hast du? Du sagst, es sind fünf? Dann sag ich dir, das ist nicht ganz richtig. Schmecken, Tasten, Riechen, Sehen und Hören sind nicht die einzigen Sinne, die wir haben. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass wir zwischen neun und zwanzig Sinne haben. Dazu gehören die Thermowahrnehmung, also der Sinn für Wärme und natürlich auch der Gleichgewichtssinn. Und dann gibt's da noch den Sinn für Zeit, aber den hat nicht jeder. Das weiß ich am besten. Früher dachte man ja, es gäbe nur acht Blutgruppen, aber es gibt über 30 bekannte Blutgruppensysteme. Und was ist die Lieblingsblutgruppe auf der Sonnenseite? Be positive. Verstehst du? Wusstest du, dass du für jedes Pfund Fett, das du zunimmst, etwa anderthalb Kilometer neuer Blutgefäße im Körper bildest, die deinen Körper mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen? Apropos neu. Dein Magen gönnt sich alle sechs Tage einen Tapetenwechsel, damit er sich nicht selbst verdaut. Dazu senden deine Nervenzellen 1000 Nervenimpulse pro Sekunde aus. Sie bewegen sich mit 1 bis 430 Kilometer pro Stunde. Und deine DNA enthält 100.000 Viren. Richtig gehört. Man hat sie entdeckt und wissenschaftlich auf ein Alter von 100 Millionen Jahre datiert. Genauso krass ist der Fakt, dass dein Körper Licht ausstrahlt. Um 16 Uhr bist du am hellsten und um 10 Uhr ist dein Leuchten sehr schwach. Aber dieses Leuchten ist nicht intensiv genug, genauer gesagt 1000 Mal geringer, als wir mit unseren Augen sehen können. Der Sommer ist fast da und der Schweiß fließt wieder in Strömen. Immerhin besteht er aus Wasser, Proteinen, Zucker, Ammoniak und noch ein paar anderen Stoffen. Darunter sind auch winzige Mengen an Spurenelementen wie Kupfer, Zink, Nickel, Eisen und so. Weißt du, warum Schweiß so salzig schmeckt? Wegen des enthaltenen Natriums. Und je mehr Salz du konsumierst, desto salziger wird dein Schweiß. Dein Körper versucht den Salzüberschuss loszuwerden und der schnellste Weg ist, ihn einfach rauszuschwitzen. Wenn du etwas schneller als 3 Kilometer pro Stunde gehst, müsstest du 20 Stunden am Stück laufen, um ein halbes Kilo abzunehmen. Und du würdest 518 Tage und 8 Stunden brauchen, um den Äquator abzulaufen. Weißt du, warum Ohrenschmalz Schmalz heißt? Weil es so viel Fett enthält. Dazu noch Hautzellen, Schweiß und Schmutz. Lecker! Das menschliche Gehirn wird bereits im ersten Lebensjahr dreimal so groß und falls du noch keine 25 Jahre alt bist, dann wächst es auch noch. Übrigens besteht das Gehirn aus etwa 60% Fett und ist in der Lage, elektrische Energie von etwa 23 Watt zu erzeugen. Das reicht schon aus, um eine kleine Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Mal ehrlich, du bist auch nicht besonders gut im Multitasking, oder? Unser Gehirn kann nur eine Handlung gleichzeitig ausführen. Es wechselt zwischen ihnen hin und her, was aber nicht bedeutet, dass du Zeit sparst, sondern es erhöht nur die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen. Und dann dauert es länger. Falls eine Prüfung ansteht oder du dich bei der Arbeit auf eine wichtige Aufgabe konzentrieren musst, dann Kaugummi. Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass du dich so länger auf eine Aufgabe konzentrieren kannst. Studien kommen sogar zu dem Schluss, dass Kaugummi eine bessere Prüfungshilfe ist als Koffein. Im Kaugummi ist nichts Besonderes drin, aber das Kauen aktiviert dein Gehirn. Allerdings hält die Wirkung nur etwa 20 Minuten. Wusstest du, dass sich deine Fingerabdrücke schon im dritten Monat als Embryo formen? Oder dass deine Knochen viermal härter sind als Beton? Der stärkste Knochen ist dein Oberschenkelknochen. Er kann etwa das 30-fache Gewicht eines erwachsenen Menschen tragen. Noch verrückter ist, dass unsere Knochen aus Verbundmaterial bestehen. Das heißt, sie sind hart und elastisch zugleich. Sommer heißt Sonnenbrand wegen der Strahlenbelastung. Wenn die natürlichen Abwehrmechanismen deines Körpers bei der Abwehr der UV-Strahlen überfordert sind, kommt es zu einer toxischen Reaktion, die zu Sonnenbrand führt. Wenn du im Gegensatz dazu eine Gänsehaut bekommst, dann liegt das am evolutionären Reflex, der noch von unseren Vorfahren stammt. Durch die Ausschüttung von Adrenalin stellten sich ihre Haare auf und unsere Vorfahren sahen furchterregender aus. Wusstest du, dass du jeden Tag ein bis drei Liter Speichel produzierst? Das ist gut, denn der hilft der Verdauung und wehrt Krankheitserreger ab. Du hast auch eine Menge Bakterien in deinem Mund. Die durchschnittliche Menge an Bakterien im Mund eines Menschen entspricht fast der Anzahl der Leute, die auf der Erde leben. Das ist schwer zu verdauen. Jeder Mensch hat etwa 150.000 Haare auf dem Kopf. Außer ich. Und jedes Haar wächst etwa einen halben Zentimeter pro Monat. Wenn wir das Wachstum jedes Haares zusammennehmen würden, käme eine Strecke von 16 Kilometern im Jahr raus. Dein Haar ist auch viel stärker, als du wahrscheinlich denkst. Eine einzige Strähne kann etwa 85 Gramm halten, was so schwer ist wie ein Apfel. Wenn wir die Kraft aller Haare auf deinem Kopf kombinieren würden, dass du recht hattest? Dieses Gefühl nennt man Blickerkennung. Dein Gehirn spürt, wenn dich jemand anstarrt. Die Forschung erklärt das als eine Art Abwehrmechanismus. Ein direkter Blick kann ein Zeichen von Dominanz sein. Und das kann eine potenzielle Bedrohung darstellen. Menschen haben dieses Gefühl im Laufe der Zeit entwickelt. Seltsamerweise funktioniert es, wenn die Person einen direkt anschaut. Wenn der Blick nur ein paar Grad nach links oder rechts abweicht, reagiert das Gehirn nicht so. Was ist mit dem Drang, deine Lieblingsfilme immer wieder zu sehen oder deine Lieblingssongs immer wieder zu hören? Damit bist du nicht allein. Diese Gewohnheit hat einige Vorteile für deine psychische Gesundheit. Es entspannt deinen Geist. Wenn Menschen sich überfordert fühlen, haben sie weniger Selbstkontrolle und sind weniger motiviert, schwierige Aufgaben zu erledigen. Du wirst immer wieder zur ersten Staffel von The Office zurückkehren. Denn wenn du etwas Vertrautes siehst, hörst oder tust, musst du dich nicht anstrengen, um zu kontrollieren, was du denkst. Es ist also ein guter Weg, um einen schnellen mentalen Reset zu machen. Stell dir vor, du genießt den Sonnenuntergang auf einer Terrasse oder auf der Spitze des Eiffelturms. Wie aus dem Nichts flüstert dir deine innere Stimme zu, und wenn ich springe? Das kommt nicht aus einer düsteren Stimmung heraus. Es ist einfach ein Gefühl, das sich einstellt, wenn man hoch oben ist. Es hat einen Namen. Ruf der Leere- oder Höhenphänomen. Es ist ein relativ neues Forschungsthema. Weitere Studien sind im Gange. Du erinnerst dich sicher noch an Jim Carreys großartige Leistung in der Truman Show. Wusstest du, dass es den Truman Show Wahn wirklich gibt? Dabei handelt es sich um ein Phänomen der kognitiven Neuropsychiatrie. Menschen, die unter diesem Wahn leiden, glauben, dass sie gefilmt werden und dass die Aufnahmen zur Unterhaltung ausgestrahlt werden. Kaum zu glauben, aber es gibt eine Zeit, da war Aluminium wertvoller als Gold. Heute benutzen wir es täglich, um unsere Sandwiches zu verpacken. Im 19. Jahrhundert war Aluminium ein seltenes und schwer zu beschaffendes Element. Es war buchstäblich schwer zu bekommen, bis Erfinder einen Weg fanden, es industriell zu gewinnen. Seither ist Aluminium allgegenwärtig. Der französische Herrscher Napoleon III. soll sogar ein Besteck aus Aluminium besessen haben, mit dem er seine besonderen Gäste bewirtete. Im Jahr 2009 fand eine Party für Zeitreisende statt. Der theoretische Physiker Stephen Hawking hatte Zeitreisende zu einem Treffen eingeladen und ein großes Transparent mit der Aufschrift Willkommen Zeitreisende aufgehängt. Niemand kam. Vielleicht hatten die Zeitreisenden andere Verpflichtungen und kamen deshalb nicht zur Party. Ich schwöre, ich weine nicht, weil niemand zu dieser tollen Party gekommen ist. Ich habe nur eine Zwiebel geschnitten. Warum brechen wir beim Zwiebelschneiden in Tränen aus? Wegen eines bestimmten Enzyms. Gibt es eine Lösung? Nimm das nächste Mal ein feuchtes Papiertuch und lege es neben die Zwiebel auf das Schneidebrett. Die Säure des Enzyms wird auf das feuchte Papier tropfen und nicht in deine Augen. Der altägyptische bürgerliche Kalender war dem heutigen Kalender sehr ähnlich. Er hatte 365 Tage, die in zwölf Monate unterteilt waren. Statt jedoch einen 31. auf mehrere Monate zu verteilen, wurde diese zusätzlichen Tage am Ende des Jahres angehängt. Und nun zurück ins Tierreich. Haben Zebras einen Vorteil durch ihr faszinierendes Muster? Diese Frage stellten sich auch Wissenschaftler und experimentierten. Sie kleideten Pferde mit einem zebraähnlichen Fell ein. Das Fell bedeckte den ganzen Körper der Pferde, nicht aber den Kopf. Und siehe da, das Zebramuster schreckte Fliegen ab. Die Wissenschaftler beobachteten, dass die Fliegen nur auf dem Kopf der Tiere flogen und sich vom Körper fernhielten. Ameisen sind schon aus dem Märchen als fleißige Tiere bekannt. Das zeigt sich auch in der Realität. Sie können bis zum 20-fachen ihres eigenen Körpergewichts tragen, diese Bereiche regelmäßig zu säubern, da sie schnell zu einem Sammelbecken für alle möglichen Kleinigkeiten werden können, wie zum Beispiel Pommeskrümel oder nasse Badeanzüge, die irgendwann anfangen zu stinken. Für alle Fälle sollte man Reinigungsmittel im Auto mitführen. Bist du ein Science-Fiction-Fan? Dann habe ich tolle Neuigkeiten für dich. Fliegende Autos könnten bald Wirklichkeit werden. Und das nicht nur, weil sie cool aussehen. Die Hersteller arbeiten aus praktischen Gründen an der Entwicklung solcher Fahrzeuge. Unsere Straßen werden in Zukunft immer voller werden und wir brauchen alternative Transportmöglichkeiten, um die große Anzahl an Fahrzeugen zu bewältigen. Im Internet findet man viele Entwürfe für fliegende Autos für jeden Geschmack. Es gibt Entwürfe, die wie riesige Thronen aussehen und andere, die eher an Miniflugzeuge erinnern. Bei einigen einfachen Entwürfen wurden Flügel auf normale Autos montiert. Vielleicht wunderst du dich über die Schneeflocke, die ab und zu auf dem Armaturenbrett auftaucht. Das ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und bei einem plötzlichen Temperatursturz Alarm schlägt. In einigen Fällen gibt es sogar ein akustisches Warnsignal oder eine Anzeige im Armaturenbrett, die dich auf Glatteisgefahr aufmerksam macht, damit du entsprechend reagieren kannst, indem du langsamer fährst oder die richtigen Reifen montierst. Autos sind heute nicht mehr ausschließlich für die kalte Jahreszeit konzipiert. Vielmehr bieten sie auch in den Sommermonaten praktische Funktionen. Ein Beispiel sind Sonnenblenden, die den Fahrer vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Einige Modelle verfügen über Zusatzfunktionen wie ausziehbare Sonnenblenden, die eine größere Fläche abdecken. Wenn dein Auto keine ausziehbaren Sonnenblenden hat, kannst du eine Sonnenblendenverlängerung kaufen, die einfach an den vorhandenen Sonnenblenden oder an den Fenstern befestigt wird und für mehr Schatten und Sicht sorgt. Es kann auch sein, dass dein Auto eine weitere versteckte Funktion hat, die sich in den Reifen verbirgt. Einige moderne Autos sind mit schaumgefüllten Reifen ausgestattet, die entwickelt wurden, um das Problem der platzenden Reifen zu lösen. Der Vorteil von schaumgefüllten Reifen ist, dass sie viele der Vorteile von luftgefüllten Reifen bieten, aber nicht undicht werden können. Normale, luftgefüllte Reifen verlieren mit der Zeitluft, auch wenn sie nicht beschädigt sind. Die meisten Fahrzeuge mit schaumgefüllten Reifen sind jedoch nicht vollständig mit Schaum oder Luft gefüllt, sondern mit einer Mischung aus beidem. Diese modernen Reifen haben den Vorteil, dass sie den Lärmpegel der Autos senken. Elektroautos sind normalerweise leiser, aber durch den Einsatz von Schaumstoff sind sie jetzt so leise wie eine Katze. Manche Menschen bevorzugen den klassischen Klang von quietschenden oder dröhnenden Motoren, andere mögen es leise. Aber auch Fans von lauten Motoren werden die Ruhe der neuen Modelle schätzen, denn sie sind immer noch sehr schnell. Ich selbst fahre so ein Auto und es macht mir sehr viel Spaß. Vielleicht hast du schon einmal von einer Funktion gehört, die sich AEB nennt. AEB steht für Automatic Emergency Braking und erkennt mit Hilfe von Sensoren eine drohende Kollision. Wird es aktiviert, bremst es automatisch, um Schlimmeres zu verhindern oder den Aufprall abzumildern. Es gibt zwei Arten von AEB. Eines, das nur bei niedrigen Geschwindigkeiten funktioniert und eines, das bei allen Geschwindigkeiten funktioniert. Wenn das Fahrzeug nicht vollständig zum Stillstand gebracht werden kann, mildert das AEB-System den Aufprall so weit wie möglich ab, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Moderne Autos sind heute mit hochentwickelten Systemen ausgestattet, die den Fahrer vor Kollisionen mit Fußgängern warnen und das Fahrzeug automatisch stoppen können, um Unfälle zu vermeiden. Diese Systeme arbeiten mit speziellen Sensoren, die auch Fahrräder und Tiere erkennen können. Eine aktuelle Studie hat jedoch gezeigt, dass diese Systeme vor allem nachts nicht immer zuverlässig funktionieren. Daher ist es wichtig, dass der Fahrer stets aufmerksam bleibt und sich nicht ausschließlich auf diese Technologien verlässt. Der Spurhalteassistent ist eine weitere nützliche Funktion, die es dem Fahrer auf der Autobahn erleichtert, in der Mitte der Fahrspur zu bleiben und Kurven sanft zu durchfahren. Er ersetzt jedoch keinesfalls die Aufmerksamkeit des Fahrers, der jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug behalten muss. Die Rückmeldungen der Assistenzsysteme sind je nach System unterschiedlich. Zu beachten ist, dass der Spurhalteassistent nicht für enge Kurven geeignet ist und bei den meisten Fahrzeugen nicht funktioniert, wenn der Tempomat nicht aktiviert ist. Positiv ist, dass der Fahrer beim Loslassen des Lenkrads gewarnt und aufgefordert wird, eine geeignete Sitzposition einzunehmen. Viele Unfälle ereignen sich beim Rückwärtsfahren, zum Beispiel beim Ausparken aus Supermärkten. Parksensoren können helfen, solche Unfälle zu vermeiden, indem sie mithilfe von Rats... Kann man das essen? Manchmal sehen wir seltsame Flecken auf unseren Kartoffeln und fragen uns, ob wir sie einfach wegwerfen sollten. Hier sind zehn Fakten zum Thema Essen oder Wegwerfen. Wussten sie, dass jedes Jahr allein in den Vereinigten Staaten 119 Milliarden Pfund an Lebensmitteln verschwendet werden? Diese Zahl bedeutet, dass fast 40 Prozent aller Lebensmittel in Amerika verschwendet werden. Die Menschen werfen Lebensmittel weg, wenn sie kein Vertrauen in die Inhaltsstoffe haben. Sie sind vorsichtig und das macht auch Sinn. Aber was ist, wenn das Essen sicher ist und nur komisch aussieht? Der erste Punkt auf dieser Liste ist Rindfleisch. Wenn es um Fleisch geht, sind die Menschen natürlich besonders vorsichtig. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen rohes Rindfleisch im Laden. Später stellen Sie fest, dass es ein paar braune Flecken hat. Wenn Sie es sofort wegwerfen würden, hören Sie mir zu. Das ist normal. Tatsächlich können Sie auch im Inneren des Rindfleischs braune Schichten sehen. Leuchtend rote Farbe bedeutet frisches Fleisch, oder? Nicht unbedingt. Wenn das Fleisch zum ersten Mal geschnitten wird, ist es kastanienbraun. Wenn das Fleisch schnell vakuumverpackt wird, behält es diesen Farbton BA. Wenn das Fleisch jedoch etwa 15 Minuten lang der Luft ausgesetzt wird, verändert der Sauerstoff das Aussehen zu rot. Die Rötung kann sich in braun verwandeln, wenn die biochemische Reaktion einsetzt. Das kann ein paar Stunden dauern. Die Mitarbeiter in den Lebensmittelgeschäften schleifen das Fleisch mehrmals am Tag, um diese leuchtend rote Farbe zu erreichen. Denn sie wissen, dass die Verbraucher bei rotbraunem Rindfleisch vorsichtig sind. Wenn das Rindfleisch in sauerstoffdurchlässigen Kunststoff eingewickelt ist, färbt es sich hellrot, sobald es Sauerstoff ausgesetzt ist. Solange das Fleisch frisch riecht und sich frisch anfühlt und ordnungsgemäß gelagert wurde, sollte es unbedenklich zu essen sein. Haben Sie schon einmal dunkle Linien unter einer Garnelenschale entdeckt? Diese hat eine ähnliche Geschichte wie Rindfleisch. Schwarze Linien auf dem Fleisch. Ihre Garnelen sind auf ein natürliches Phänomen zurückzuführen. Sie entstehen allmählich, nachdem die Garnelen aus dem Wasser genommen wurden. Das Fleisch wird dem Sauerstoff ausgesetzt und die Schwärze wird mit der Zeit immer deutlicher sichtbar. Auch hier kann das Muster des Tieres selbst eine Rolle spielen. Diese schwarzen Linien können eine natürlich vorkommende Verfärbung der Garnelen sein. Denken Sie an Katzen. Sie haben auch unterschiedliche Farbmuster, aber sie sind von der Art her gleich. Das nächste Mal können Sie ein kleines Experiment in Ihrer Küche durchführen. Legen Sie ein paar Garnelen nebeneinander und beobachten Sie die leichten Unterschiede in den Farbmustern der Garnelen. Wenn eine Garnelen nicht mehr genießbar ist, riecht sie deutlich schlecht. Wenn sie also frisch riecht und schmeckt, sollten Sie sie nicht wegwerfen. Sollte man verschimmelten Joghurt essen? Die grüne Substanz auf der Oberfläche sieht überhaupt nicht ansprechend aus. Aber wenn man sie herauslöffelt, scheint der Joghurt darunter sauber zu sein. Die kurze Antwort lautet wegwerfen. Der Schimmel ist zwar nur an der Oberfläche zu sehen, aber er hat sich wahrscheinlich tief eingegraben. Ganz zu schweigen davon, dass er schlecht schmecken wird. Viele Schimmelpilze sind harmlos, aber einige produzieren giftige Stoffe. Grüner Schimmel ist eine Art von Penicillium. Kommt Ihnen dieses Wort bekannt vor? Das ist dieselbe Schimmelpilzart, die auch für das Antibiotikum Penicillin verwendet wird. Seien Sie nicht zu begeistert. Der Verzehr von schimmeligem Joghurt heilt bakterielle Infektionen nicht auf magische Weise. Er verdirbt nur Ihr Milchprodukt. Im Jahr 2013 gab es einen Ausbruch im Zusammenhang mit einer Joghurtserie. Das Unternehmen lieferte die Produkte wie üblich an die Geschäfte aus. Nach einiger Zeit gingen bei dem Unternehmen Kundenbeschwerden ein. Sie sagten, dass der Joghurt wie eine Joghurtsuppe aussah und wirklich alt schmeckte. Es stellte sich heraus, dass eine Pilzart wahrscheinlich etwas Kohlendioxid freisetzte. Das machte das Produkt sprudelnd und blähend. Sowohl das Unternehmen als auch ein anderer unabhängiger Wissenschaftler erklärten, dass der fragliche Pilz für den Menschen normalerweise nicht schädlich sei. Dennoch berichteten mehr als 200 Personen, dass sie davon betroffen waren. Solche Dinge können also immer noch vorkommen. Sie sollten auf ihren Spürsinn vertrauen. Wenn Sie jemals das Glück hatten, in einer frisch geöffneten Verpackung Schimmel zu entdecken, wenden Sie sich an den Hersteller. Wenn Sie das Unternehmen auf ein systematisches Problem aufmerksam machen, ersparen Sie anderen möglicherweise das gleiche Szenario und verhindern, dass in Zukunft Produkte verschwendet werden. Außerdem ist das Unternehmen wahrscheinlich gewillt, den Schaden wieder gut zu machen und Ihnen entweder Ihren traurigen Joghurt durch einen glücklichen zu ersetzen oder, was noch besser ist, Ihnen Gutscheine für kostenlose Produkte zu geben. Warum haben Avocados manchmal braune Flecken im Inneren? Technisch gesehen sind sie essbar, aber man sollte sie vielleicht nicht essen. Avocados sind eine Quelle für viele Vitamine wie C, E, K und B, 6, sowie für gesunde Stoffe wie Magnesium, Kalium und mehr. Die Avocado arbeitet hart daran, ein solcher Gesundheitsspeicher zu werden. Nährstoffe, Wasser und Zucker wandern um diese Frucht herum. Ja, technisch gesehen wird die Avocado als Frucht eingestuft. Wie auch immer, Avocados haben ihre eigenen Transportkanäle, wie Adern. Diese Kanäle sind für uns normalerweise unsichtbar, bis etwas aus dem Rahmen fällt. Es kann sein, dass die Avocado länger als nötig, boi, zu kalten Temperaturen gelagert wurde. Das kann dazu führen, dass die Gewebezellen geschwächt werden und anfangen zu zerfallen. Experten sagen, dass nach der Ernte der Frucht, wenn sie vor dem Kauf einige Wochen im Kühlschrank liegt, Ein Hydrant am Straßenrand ist etwa einen Meter hoch, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. In Wirklichkeit ist diese Wasserversorgung für die Feuerwehr doppelt so groß, wenn man den Teil des Hydranten, der sich im Boden befindet, mitrechnet. Die grellen Farben, in denen sie gestrichen sind, haben nicht nur ästhetische Gründe. Zunächst einmal müssen sie auffällig aussehen, um schnell gefunden zu werden. Darüber hinaus hängt die Farbwahl mit der Kapazität des Hydranten zusammen. Sie variiert je nach Standort. Ein roter Hydrant fördert etwa 1900 Liter Wasser pro Minute. Ein orangener liefert ganze 3800 Liter und ein grüner Hydrant hat einen Durchfluss von 5700 Litern pro Minute. Die leistungsstärksten Exemplare sind blau und fördern über 5700 Liter. Hey Bowlingfreunde! Ist es nicht total ärgerlich, wenn die Bowlingkugel Risse bekommt? Und meist kommt es zu solchen Schäden aufgrund falscher Lagerung oder hoher Temperaturschwankungen. Aber da sie schon mal kaputt ist, bist du nicht neugierig, was sich in einer Bowlingkugel befindet. Schauen wir einmal nach. Der Kern der Kugel besteht vorrangig aus pulverförmigen Metalloxiden wie Calcium oder Eisenoxid. Zum Aushärten wird das Pulver mit Harz und einem Katalysator vermischt. Der glühbirnenförmige Teil in der Kugel ist die schwerste Komponente. Sie beeinflusst die Rotation der Bowlingkugel und wie sie die Bahn entlangläuft. Wenn du eine Spraydose schüttelst, macht sie seltsame Geräusche. Was ist da drin und warum? Diese kleine Kugel wird Erbse genannt und sorgt für die Durchmischung des Inhalts. Sie besteht aus Kunststoff, Metall oder Keramik. Im Prinzip rührt die Kugel die Mischung in der Dose gut um, bevor du den Inhalt verwendest. Hast du dich je gefragt, wie der Sprudel in der Flasche gehalten wird? Im Deckel von Getränkeflaschen befindet sich ein kleiner Kunststoffring. Er verhindert, dass das Gas austreten kann, auch wenn du deine Flasche den ganzen Tag in der Tasche umherträgst. Da wir gerade bei Dingen sind, die wir an heißen Sommertagen brauchen. Moment, setz deine Baseballkappe noch nicht auf. Sieh sie dir kurz an. Siehst du den Knopf ganz oben? Hat er eine Funktion oder ist er nur Bestandteil des Designs? Früher, als die ersten Stoffmützen aufkamen, war dieser Knopf noch notwendig. Er hielt alle an der Spitze zusammenlaufenden Stoffteile zusammen. Heutzutage ist dieser Knopf allerdings nur noch ein ästhetisches Element. Er deckt die Verbindung der einzelnen Elemente ab, aber es gibt durchaus Kappen, die gar keinen Knopf haben. Mit Knopf sehen sie aber eindeutig besser aus, oder? Wattepads haben zwei Seiten. Wenn du sie dir genau ansiehst, erkennst du, dass sie unterschiedliche Texturen haben. Nur falls du dich fragst, die strukturierte Seite ist zum Auftragen von Make-up und die glatte Seite verwendet man zum Entfernen. Bücherwürmer aufgepasst! Schutzumschläge von Festeinbänden sollen nicht nur hübsch aussehen, sie eignen sich auch ganz wunderbar als Lesezeichen. Schiebe einfach die bereits gelesenen Seiten unter die Lasche des Umschlags. Wenn du das nächste Mal ein Hemd aus dem Schrank nimmst, sieh dir doch mal das oberste Knopfloch an. Es ist horizontal, während alle anderen vertikal angeordnet sind. Der erste und der letzte Knopf werden am meisten beansprucht und neigen dazu, aufzugehen. Daher änderte man die Ausrichtung des Knopflochs, um sicherzustellen, dass alles an Ort und Stelle bleibt, bis du das Hemd wieder ausziehen willst. Heutzutage gibt es so viele Variationen dieser leckeren Nascherei, dass es kaum vorstellbar ist, wie wir nur ohne leben konnten. Und nicht nur das, auch Cookie-Eiscreme und Chocolate-Chip-Cookie-Kuchen sind ein Hit. Der berühmte Keks wurde tatsächlich aber erst 1930 erfunden. Es heißt, eine Frau namens Ruth Graves Wakefield hätte Schokoladenkekse für ihre Gäste backen wollen. Doch ihr war die Backschokolade ausgegangen, ein elementarer Bestandteil der klassischen Kekse. In ihrer Not zerhackte sie eine Tafel Schokolade. Sie dachte, in der Ofenhitze würde sie schmelzen und sich gleichmäßig im Teig verteilen. Das hat nicht ganz geklappt. Aber hey, Gottlob! Denn auf diese Weise erfand sie die modernen Cookies, von denen wir nie genug kriegen können. Apropos beliebte Naschereien. Kartoffelchips sind sogar noch jünger als Chocolate-Chip-Cookies. Es gibt verschiedene Geschichten, wie sie wohl erfunden wurden. Eine von ihnen geht folgendermaßen. Ein Koch namens George Crumb aus New York erfand die Chips 1953. Er probierte eine neue Methode aus, um Kartoffeln zuzubereiten, nachdem ein Gast sich über die Qualität seiner Pommes Fritz beschwert hatte. Er sagte, sie wären zu dick und labberig. Crumb schnitt die Kartoffeln daraufhin in hauchdünne Scheiben und frittierte sie, bis sie braun waren. Die Leute waren total begeistert und stürzten sich auf die allererste Portion Kartoffelchips. Jemand Lust auf Eis? Wenn die Geschichte wahr ist, hat ein Eisverkäufer auf der Weltmesse in St. Louis 1904 die Eistüte erfunden. Ihm waren die Becher für den Verkauf seiner Eiscreme ausgegangen. Also rollte er Waffeln zu einer Tüte und der Rest ist Geschichte. Okay, ich geb's ja zu. Kaugummis gab es schon bei den alten Griechen. Also sind sie nicht gerade eine revolutionäre Erfindung. Aber den Kaugummi, wie wir ihn heute kennen, gibt es erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Ein amerikanischer Erfinder namens Thomas Adams mischte verschiedene Chemikalien, um Gummi herzustellen. Er experimentierte, in seinem Sinne erfolglos, mit Kaugummi-Rohstoff und erzeugte versehentlich diese leckerste. Weißt du eigentlich, dass deine Spülmaschine noch viel mehr spülen kann als nur dein Geschirr? Du kannst zum Beispiel deine Silikonofenhandschuhe oder Knöpfe und Küchenstangen vom Ofen und Herd durchspülen lassen. Auch Küchenschwämme und wiederverwendbare Lappen können in die Spülmaschine. Apropos spülen. Dein Geschirrspülmittel kann auch viel mehr, zum Beispiel deine Terrassenmöbel reinigen. Gib einfach etwas Spülmittel ins warme Wasser, wisch dann deine Gartenmöbel ab und anschließend spülst du sie mit dem Gartenschlauch ab. Mit Spülmittel bekommst du übrigens auch fettige Flecken aus deiner Kleidung raus. Ob Nudelsoße oder Salatdressing, alles tropft beim Essen. Mach dann einfach etwas Spülmittel auf den Fleck und spül ihn mit Wasser aus. Für helle Kleidung nimmst du aber lieber farblose Seife. Bei hartnäckigeren Flecken lässt du das Spülmittel einwirken und wäschst das Kleidungsstück dann wie gewohnt in der Waschmaschine. Hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht, dir ein Letzchen zu besorgen? Du hast alles versucht, deinen Kleiderschrank in Ordnung zu bringen, aber du kommst mit diesen riesigen Klamottenstapeln nicht klar? Dagegen gibt es eine einfache Methode, die wirklich effektiv ist. Sie heißt One In, One Out. Das heißt, dass für jedes neue Kleidungsstück ein Vorhandenes gehen muss. So einfach mistest du deinen Kleiderschrank aus. Für Ordnung im Kleiderschrank sorgst du, indem du die Kleidung, die du am häufigsten trägst, auf Augenhöhe aufbewahrst. Du findest leichter, was du suchst und kannst es schnell rausziehen, wenn du mal in Eile bist. Die Klamotten, die du seltener anziehst, beispielsweise deine Abendgarderobe oder dein Letzchen, bewahrst du in den Regalen über- oder unter Augenhöhe auf. Alte Blechdosen kannst du gut gebrauchen. Wenn du starke Magnete innen an die Dose machst, dann kannst du sie als magnetische Box nutzen. Dort passen alle möglichen Alltagsgegenstände rein, beispielsweise Küchenzangen, Eisportionierer oder auch Besteck. Und sie halten an allen metallischen Oberflächen, also auch an deiner Kühlschranktür. Versteckt in der Waschküche gibt es etwas, das perfekt gegen Tierhaare hilft. Damit klappt es manchmal sogar besser als mit der Fusselrolle. Schnapp dir ein Trocknertuch und mit etwas Ellenbogeneinsatz wirst du Hunde- und Katzenhaare im Handumdrehen los. Damit geht's auf fast allen Oberflächen, aber besonders gut auf Polstermöbeln. Nervt dich auch die quietschende Tür, wenn du ins Zimmer gehst? Dann hol dir ein Stück Seife und reibe sie an den Scharnieren entlang. Das hilft aber nur eine Weile, aber immerhin so lange, bis du es zum Baumarkt geschafft hast, um Öl zu kaufen. Hast du in Aufzügen schon den Stern neben einer Etagenummer gesehen? Nein, der zeigt nicht an, wo der VIP-Bereich ist. Der Stern zeigt, auf welcher Etage sich der nächste Ausgang befindet. Der muss nämlich nicht immer im ersten Stock sein. Meistens weist er auf die Etage hin, die der Straße am nächsten liegt. Hast du dich schon mal gefragt, warum Stoppschilder rot sind? Früher hatten sie keine bestimmte Farbe. Vor den 20er Jahren hatten sie nicht mal eine einheitliche Form. Erst 1922 erfand jemand das Achteck, aber anfangs war es gelb gestrichen, was auch daran lag, dass die Sonne die rote Farbe so schnell ausgebleicht hatte. Daher war gelb die beste Option. Es dauerte etwa 30 Jahre, bis die ausbleichsichere E-Mail-Farbe erfunden wurde. Und dann wurden die Stoppschilder wieder rot. Immerhin ist rot die beste Farbe, um etwas gut sichtbar zu machen, oder? Es gibt eine Rosenart, die wird größer als Menschen. Laut Guinness Buch der Weltrekorde wuchs der höchste Rosenstrauch, von dem man weiß, in Wien, in Österreich. Er war sage und schreibe 28,5 Meter hoch. Ja, das ist eine stattliche Größe. Dass wir alle einzigartige Fingerabdrücke haben, weißt du ja. Aber dass Tiger einzigartige Streifen haben, ist nicht so bekannt. Naja, hauptsächlich hilft das auch nur den Leuten, die mit diesen Katzen arbeiten. Die Streifen helfen ihnen, die Tiger voneinander zu unterscheiden. Ich wette, du wusstest nicht, dass im Keller des Weißen Hauses ein Blumenladen ist. Dort werden die Blumenarrangements für all die Veranstaltungen angefertigt, die dort stattfinden. Es wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, dass Pizza zu einer Art Grundnahrungsmittel geworden ist. Spitzenreiter im Verkehr von Pizza ist Amerika. Es heißt, dass dort jede Sekunde 350 Pizzen verkauft werden. Anders gesagt, pro Jahr verdrückt dort jeder 13 Kilo Pizza. In Deutschland liegt der durchschnittliche Jahreskonsum bei 7,6 Kilo pro Kopf. Weißt du, wie man Zitronensaft bekommt, ohne dass die Kerne im Getränk landen? Pass auf, zuerst schneidest du sie in zwei Hälften und dann drückst du sie mit einer Küchenzange aus. Aber das Spitzeende zeigt nach unten. Der Saft fließt, aber die Kerne bleiben in der Zitrone. Limo passt gut zu Pizza. Ich bestell mir jetzt eine Pizza. Der Anschnallgurt am Beifahrersitz hat eine Schlaufe. Unter großer Belastung reißt die Naht und das zusätzliche Stückgurt dämpft zusätzlich den Aufprall. Diese wenigen Zentimeter können unter fatalen Umständen einen großen Unterschied machen. Am Fahreranschnallgurt gibt es diese Lasche jedoch nicht. Da der Fahrer so nah am Lenkrad sitzt, ist es für ihn sicherer, keine Lasche zu haben. Anschnallgurte wurden Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden. Im großen Stil eingesetzt wurden sie jedoch nicht bis zu den 1960er Jahren. Präkollision-Sensortechnologie erhöht die Sicherheit von Anschnallgurten zusätzlich und hebt die Technik auf ein neues Niveau. Sie sagen effektiv Unfälle voraus und veranlassen die Gurte, sich automatisch zu spannen, stimmen die Airbags ab und stellen sicher, dass die Bremsen bereit sind, den Aufprall zu reduzieren. Jedes Jahr kommt es zu 6 Millionen Autounfällen. Daher ist es immer noch äußerst wichtig, weitere Sicherheitsvorkehrungen zu entwickeln, nicht nur um Unfälle zu vermeiden, sondern auch um die Menschen in ihren Autos mehr zu schützen. Die Materialien, aus denen die Karosserie hergestellt wird, wurden in den letzten 25 Jahren weitestgehend ausgetauscht. Heute verwendet man Aluminium- und Magnesiumlegierungen sowie Karbonfaser. Diese leichteren Materialien ermöglichen nicht nur eine kraftstoffeffizientere Reise, sondern erzeugen im Falle eines Unfalls eine ausreichende Knautschzone. Wenn ein Auto mit einem anderen Objekt kollidiert, absorbiert die Knautschzone die Energie des Aufpralls. Obwohl dadurch ein größerer Schaden am Auto entsteht, sind die Insassen besser geschützt. Vordere und hintere Stoßstangen werden hochgradig unterbewertet. Da es sie schon so lange an Autos gibt, können wir uns die Zeit ohne sie auch gar nicht mehr vorstellen. Sie wurden in den späten 1800ern erfunden. Die Stoßstangen entwickelten sich über die Jahre weiter, sodass wir heute kaum merken, dass sie da sind. Aber sie sind es. Aus komprimierbarem Schaum oder Kunststoff um eine stabile Stange warten sie still unter der äußeren Hülle. Alle Fenster deines Autos bestehen aus Glas, aber nur die Windschutzscheibe ist aus einer bruchsicheren Version gefertigt. Sie ist laminiert, damit egal was sie trifft, keine Splitter im Fahrzeug landen. Bis in die 1950er wurde normales Glas verwendet. Als Autos wichtiger wurden, sorgte diese Modifikation für mehr Sicherheit. Auch Airbags scheinen eine Technologie zu sein, die es schon immer gibt. Erfunden wurden sie im Jahr 1968 und waren ihrer Zeit weit voraus. Sie gewannen nur langsam an Bedeutung. Im Rahmen der Sicherheitsvorkehrungen im Straßenverkehr wurden sie 1998 schließlich Pflicht. Seither haben sie sich von dem alleinigen Airbag im Lenkrad stark weiterentwickelt. In Abhängigkeit vom Modell kann man sie heutzutage an allen möglichen Stellen finden, um alle potenziellen Insassen zu schützen. Computergestützte Kollisionssensoren erfassen einen Zusammenprall und lösen die Airbags aus. Diese entfalten sich innerhalb von Millisekunden und bilden in einem einzigen Augenblick ein schützendes Kissen. Es ist schwer, Wetter und damit auch die Straßenverhältnisse vorherzusagen. In den späten 1960er Jahren wurden Antiblockiersysteme für Autos eingeführt. Es gab sie schon vorher in vielen Flugzeugen. Erste Systeme stammen aus 1908. Sie wurden schnell zu einer Notwendigkeit für alle Fahrzeuge, um die Haftung bei rutschigen Straßenverhältnissen sowie vollständige Kontrolle beim Bremsen sicherzustellen. Heute hat man das ABS so weit entwickelt, dass neueste Versionen sogar starke Scherwinde berücksichtigen. Der Tempomat, erfunden im Jahr 1948, hat sich über mehrere Jahrzehnte hinweg konstant weiterentwickelt. Heute sorgt der adaptive Tempomat dafür, dass das Fahrzeug im Tempomatbetrieb abgebremst wird, wenn es auf ein langsameres Fahrzeug vor sich trifft. Manche Varianten können das Auto sogar vollautomatisch komplett zum Stillstand bringen, falls das vorausfahrende Auto dasselbe tut. Man vergisst leicht, dass man mit Fernlicht fährt, wenn man stundenlang auf langen, einsamen Straßen unterwegs ist. Automatisches Fernlicht wird immer beliebter. Hightech-Kameras erfassen, welche Art Licht sich umgibt und ob das Fernlicht eingeschaltet werden kann oder nicht. Erste Versionen automatisierten Fernlichts gab es schon in den 1950ern. Damals verwendete man Lichtsensoren. Sie waren jedoch hochgradig unzuverlässig. Die neuen Variationen identifizieren die Lichtquelle. Stammt es von der Sonne, von einem anderen Auto oder ist das Licht eine Reflexion eines Straßenschilds? So werden Probleme mit anderen Fahrern vermieden. Man muss sich ganz schön den Hals verdrehen, um den sogenannten Totenwinkel einsehen zu können. Er verursacht ca. 400.000 Unfälle pro Jahr. Solarsensoren in der hinteren Stoßstange sowie Überwachungssysteme für den Totenwinkel beobachten die benachbarten Spuren. Sie alarmieren den Fahrer über ein Fahrzeug auf der Nebenspur durch ein Symbol im Armaturenbrett oder Warngeräusche. Auf diese Weise helfen sie, viele Vorkommnisse aufgrund des Totenwinkels zu verhindern. 1,6 Millionen Autounfälle werden durch Nachrichtenschreiben beim Autofahren verursacht. Müdigkeit führt zu 10% des jährlichen Unfallaufkommens. Der Sicherheitsassistent beeinflusst beide Statistiken. Sensoren kontrollieren die Bewegungen des Autos und die Anzahl der Lenkkorrekturen, um sicherzustellen, dass der Fahrer auf die Straße achtet. Wenn das System registriert, dass der Fahrer nicht wirklich wach oder durch sein Handy abgelenkt ist, empfiehlt es durch ein entsprechendes Signal, eine Pause einzulegen. Die Reifen sind eine der kritischsten Komponenten deines Autos, bilden sie doch den Kontakt zu deinem gewählten Weg. Viele Sicherheitsvorkehrungen verlassen sich für ihren unabhängigen Zweck ganz und gar auf die Reifen. Darum ist es äußerst wichtig, darauf zu achten, dass die Reifen immer in einem Top-Zustand sind. Reifendruckkontrollsysteme prüfen den Luftdruck der vier Reifen und warnen dich, wenn etwas nicht in Ordnung ist, um etwa einen geplatzten Reifen zu vermeiden. Die konstante Weiterentwicklung der Technologien schützt dich auch auf langen Fahrten. Spurhalterassistenten achten auf die Fahrbahnmarkierung und sorgen dafür, dass das Auto innerhalb dieser bleibt. Wenn ein Auto unbeabsichtigt über eine Linie abdriftet, alarmiert das kamerabasierte Warnsystem den Fahrer. Der Spurhalterassistent funktioniert gleichermaßen beim Abdriften auf die angrenzende Spur. Wenn das Auto ihr zu nahe kommt, richtet das System das Lenkrad wieder aus, um das Auto auf der Spur zu zentrieren. Andere Assistenten fortschrittlicher Autos bieten sogar autonomes Fahren an. Der Autopilot bringt den Fahrassistenten auf ein ganz neues Niveau. Er ermöglicht nicht nur, dass das Fahrzeug bei konstanter Geschwindigkeit eine vorgegebene Spur hält, sondern wechselt bei Bedarf eben auch die Spur, um die Fahrt effektiver zu gestalten. Manche Sicherheitssysteme fassen weltweit gerade erst Fuß. Zum Beispiel die Nachtsichtassistenten, die mittels Wärmebildkameras Fußgänger und Tiere aufspüren. Sie werden ins Infotainment-Display eingeblendet. Das System erkennt Objekte anhand ihrer Wärmesignatur. Schätzungen zufolge sind weltweit 1,4 Milliarden Autos unterwegs und mit dem steten Wachstum der Weltbevölkerung ist davon auszugehen, dass die Anzahl an Autos ebenso steigen wird. Sicherheitssysteme werden sich weit über das, was wir heute kennen, hinaus entwickeln. Infrarotscheinwerfer bringen Licht in ungünstige